Musik Punk auf der Leinwand. Die Toten Hosen bieten in einem Kinofilm exklusive Einblicke und waren zur Premiere persönlich in Leonberg. Und das Aus für den Air Club. Benjamin Rosaro lässt seinen Club schließen. Doch was sind die Gründe dafür? Das klären wir gleich. Und damit Hallo und Willkommen zum Journal hier bei Regio TV. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. In Urbach im Remsmurkreis ist heute Morgen ein Wohnhaus in Flammen gestanden. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr ist ein Mann bei dem Brand ums Leben gekommen. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 62-jährigen Obdachlosen, der von der Gemeinde mit zwei weiteren Männern in einer Wohnung des Hauses untergebracht worden ist. Zwei weitere Bewohner wurden verletzt, einer davon schwer. Zur Brandursache ist bislang noch nichts bekannt, allerdings kursieren Spekulationen. Was ich halt gesehen habe, ist, dass morgens extremer Rauch da war. Dann haben wir vier Leute in ihrem Autositze gesehen und die kannte ich von der Arbeit. Die waren bei uns Kunde. Und die haben wir dann halt bei uns aufgenommen. Das war ein Vater, Mutter und zwei Kinder. Und ja, was jetzt weiter dort noch vorgefallen ist, wissen wir nicht. Anscheinend soll eine Zigarette die Ursache sein. Hinweise auf Brandstiftung gibt es bislang jedenfalls keine. Die 14 Bewohner sind nun aber auf neue Wohnungen angewiesen. Laut Polizei ist das Wohnhaus abbruchsreif. Wen interessiert es nicht, wie es bei einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands hinter den Kulissen so abgeht? Die Toten Hosen bieten ihren Fans jetzt genau solche Einblicke. Seit gestern ist der Film, weil du nur einmal lebst, in den Kinos. Und zur Premiere in Leonberg ist ein Teil der Band sogar persönlich vorbeigekommen. Normalerweise füllen die Toten Hosen große Stadien und Hallen. Seit gestern aber auch Kinos. Der Dokumentarfilm über die vergangene Tour feiert deutschlandweit Premiere. In Leonberg geben sich die Stars sogar persönlich die Ehre. Sehr zur Freude der Fans aus der Region. Ich habe richtig Bock drauf und Campino ist eh der geilste Typ, der es gibt. Von daher kann ich nur gut werden. Geile Band, geiles, also der Trailer war ja schon geil vom Film, also auf jeden Fall. Phänomenal für uns, gerade wir kommen hier aus der Region, dass sie uns natürlich heute besuchen, die Schwelltgasse. Andi, Campino und Breiti schauen vor Filmbeginn in jedem der neun vollbesetzten Kinosäle vorbei. Den Punkrockern geht es im Film keineswegs um Selbstinszenierung. Wir wussten, dass das keine Hofberichterstattung wird und haben diese Kröte dann auch gerne geschluckt, weil wir eben wissen, als Fans von diesen anderen Filmen, das ist ja genau das Salz in der Suppe ist, wenn mal was schief geht oder so. Und dann haben wir das auch ertragen und uns da sozusagen freiwillig zum Horst gemacht in gewissen Szenen. Genau um solche echten Eindrücke geht es auch Regisseurin Cordula Kablitz-Post. Aus über 200 Stunden Material bastelt sie einen knapp zweistündigen Film. Und dabei ist die Auswahl der einzelnen Sequenzen die besondere Herausforderung. Wo erlebe ich die Band authentisch und nah, also so, dass sie uns wirklich auch vergessen. Das ist ja immer wichtig, dass es nicht inszeniert wirkt, sondern dass es auch so ist, wie ich es dann hoffe, dass es wirklich so ist, auch wenn wir nicht im Raum sind. Und so gibt es Situationen im Film, die selbst Campino etwas unangenehm sind. Das Warmsingen und dieses jämmerliche Krächzen, das weiß ich, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Also mich selber dabei zu beobachten, ist dann nochmal eine Etage tiefer als meine eigene Wahrnehmung. Es sind Szenen wie diese, die die Band aus Düsseldorf auch nach fast 40 Jahren auf der Bühne immer noch nahbar machen. Und wahrscheinlich nicht nur in Leonberg, auch schon die kleinsten Fans begeistern. Was magst du besonders an den Toten Hosen? Dass die so über die Bühne rocken. Also ja, dass der halt so eine Rampensau ist. Campino. Luxus Champagner Schickeria. Dafür steht der Air Club in Stuttgart. Doch der Club wird am Sonntagmorgen Geschichte sein. An diesem Wochenende werden in den Räumlichkeiten in der Innenstadt die beiden letzten Partys gefeiert. Doch was ist der Grund für das Aus? Wir haben Inhaber Benjamin Rosaro zum Interview getroffen. Also mir geht's fantastisch. Schwer zu glauben, schließt Benjamin Rosaro seinen elf Jahre alten Air Club in Stuttgart ja nicht ganz freiwillig. Das Konzept Air Club aus dem Jahre 2011, das wurde ja auch schon ein, zwei Jahre vorher entwickelt, stammt einfach aus einer anderen Zeit. Der 36-Jährige glaubt nicht, dass er das Ruder nochmal herumreißen kann. Luxus Champagner und die Schickeria, die sich auf wilden Partys sehen lässt. Ein Konzept, das nach Aussage des Clubbetreibers heute nicht mehr funktioniert. Die Leute sind halt etwas spontaner und ungezwungener. Bedeutet, man will sich nicht mehr unbedingt mega schick machen und dann kommen, möglicherweise nicht an der Türe, am Türsteher vorbeikommen und das ganze Risiko eingehen, sondern man geht erstmal in die Stadt, trinkt mal etwas, ein Bierchen oder irgendwie so und dann schaut man mal, wie der Abend sich entwickelt. Dazu kommt, dass in Bars und sogar Restaurants heute auch getanzt werden kann. Selbst die sozialen Netzwerke sollen laut dem Stuttgarter eine Teilschuld an der Flaute haben. Wieso heute noch in den Club gehen, wenn ich die Promis und den neuesten Klatsch und Tratsch auch über Instagram und Facebook sehen kann? Die Folge, die Gäste bleiben weg. Benjamin Rosaro zieht die Konsequenzen. Für die Mitarbeiter war es schon ein Schock, weil dann die Realität tatsächlich eingetroffen ist, aber viele haben es sich auch schon gedacht. Acht Jahre hat er den Air Club geführt. Lang genug, um hier Momente zu erleben, die es sicherlich schwer machen, loszulassen. Mir persönlich bedeutet der Club ein spannender Lebensabschnitt. Die Liebe meines Lebens, ich habe hier meine Frau gefunden. Was nach der Schließung mit dem Club passiert, ist noch offen. Ich habe viele Interessenten, trotzdem ist es noch irgendwie mein Baby und es ist mir schon wichtig, dass das ein Vernünftiger weitermacht. Allerdings kann ich gar nicht sagen, ob das noch ein Club wird oder sowas. Das bleibt also abzuwarten. Klar ist, für den Air Club hat das letzte Partywochenende geschlagen. Aus diesem Grund soll es heute Abend nochmal etwas ganz Besonderes sein. Wir machen im Prinzip die größte Schwulen- und Lesbenparty in Baden-Württemberg. Morgen wird dann die große Closing-Party gefeiert, bis dann am Sonntagmorgen der Air Club für immer Geschichte sein wird. Gestern ist das besetzte Haus in der Stuttgarter Forststraße geräumt worden. Aber die Proteste gegen die angespannte Wohnraumsituation sind damit noch lange nicht verstummt. Dazu jetzt mehr in unserem Nachrichtenüberblick. Ein Demo-Zug formiert sich vor dem Haus in der Forststraße 140 im Stuttgarter Westen. Zweieinhalb Wochen haben Aktivisten das leerstehende Mehrfamilienhaus besetzt. Weil ein Großaufgebot der Polizei das Gebäude gestern zwangsgeräumt hat, versammelten sich dort noch am selben Abend die rund 150 Aktivisten. Bei der Kundgebung am Berliner Platz fordern sie lautstark die Vermietung von leerstehenden Gebäuden und richten sich damit an die Politik. Auf Anweisung der Stadt geräumt wurde. Die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft, kurz SWSG, hat im Raum Zuffenhausen über 300 Neubauwohnungen geschaffen. Jetzt wurden auch die letzten Wohnungen in Zuffenhausen-Roth fertiggestellt. Das Schaffen der Neubauwohnungen soll dort das soziale Miteinander verbessern. Für Beteiligte und Oberbürgermeister Fritz Kuhn ein Grund zum Feiern. Von diesem Projekt sind allerdings nicht alle begeistert. Der Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga ist richtig spannend. In diesem Jahr mal ausnahmsweise nicht für den TVB Stuttgart, aber die SGB-BM Bietigheim und Johnny Fischer steckt mittendrin. Wie groß der Optimismus ist, den Abstieg zu verhindern, dazu gleich mehr. Hallo zurück. Spannung beim Sport ist natürlich schön. Egal, ob es um Meisterschaft oder Abstieg geht. Zumindest für die Fans. Die Verantwortlichen bei der SGB-BM Bietigheim-Männer könnten wohl gerne darauf verzichten. Aber sie werden wohl bis zum letzten Spieltag zittern müssen. Gut ist nur, dass der Klassenerhalt nach wie vor möglich ist. Das ging jetzt doch alles recht schnell für Jonathan Johnny Fischer. In der vergangenen Saison mit Zweitspielrecht vom damaligen Drittligisten SG Könntringen-Teningen zur SG in die zweite Liga gekommen, spielt der 21-jährige Kreisläufer mittlerweile in der stärksten Liga der Welt. 26 Tore hat er dort bereits erzielt. Allein sechs davon am letzten Spieltag gegen den Tabellenführer und wahrscheinlich kommenden Meister Flensburg. Am Anfang habe ich gemerkt, körperlich wie ausschauertechnisch war ich noch sehr hinterher. Aber mittlerweile fühle ich mich da echt auf einem guten Weg. Und ja, also fühlt sich echt gut an. Jetzt auch Bestandteil, auch wichtiger Bestandteil vom Kader zu sein und Spielanteile zu bekommen. Flensburg war ein Bonusspiel, eines zum Lernen. Die SG muss zwingend punkten, um an Gummersbach dran zu bleiben und die Eulen Ludwigshafen auf Abstand zu halten. Wir müssen echt vom Spiel zu Spiel schauen und wir können in jedem Spiel die Gegner schlagen. Wir, hinteraus werden die Gegner auch mal Körner lassen und das müssen wir natürlich auch ausnutzen dann. Die Tabelle spricht eine deutliche Sprache. Am Ende heißt es, aus drei macht zwei. Gummersbach, Biedikeim und Ludwigshafen werden die beiden Absteiger unter sich ausspielen. In den letzten neun Spielen geht es sechsmal gegen Teams aus der zweiten Tabellenhälfte. Am letzten Spieltag steht das Heimspiel gegen Gummersbach an. Ein Krimi, der wohl bis zum Schluss spannend bleiben wird. Da ist alles möglich und ich sehe uns auf einem guten Weg, das zu schaffen. Wir haben eigentlich recht guter Kader, sind recht fit. Also wir können natürlich noch gut Punkte holen. Am Sonntag kommt der Mitaufsteiger Bergische HC. Ein Team, das sich auf Anhieb in der Liga festgesetzt hat und aktuell auf Rang sieben steht. Mit 19 Punkten mehr auf dem Konto als die SG. Ja, ich glaube die letzten Jahre haben wir immer gut aussehen, geht der BHC. Auch schon im Hinspiel haben wir echt knapp verloren. Da hätten wir auch Punkte mitnehmen können. Der BHC liegt uns, glaube ich. Und am guten Tag können wir die schlagen, ja. Los geht das nächste Spiel um den Klassenerhalt am Sonntag um 16 Uhr. Nicht wie geplant in der Egetrans, sondern in der Ludwigsburger MHP Arena. Soweit unser Journal für heute. Hier folgen jetzt noch die Wetteraussichten. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen, wünsche Ihnen einen schönen Abend und natürlich ein tolles Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut. Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Jetzt steht uns ein ganz warmer Frühlingstag am Samstag bevor. In ganz Baden-Württemberg bekommen wir strahlenden Sonnenschein bei Höchstwerten von um die 20 Grad, die sich mit wenig Wind geschützt auf der Haut deutlich wärmer anfühlen. Rund um Stuttgart ein sehr sonniger Tag. Wolken sind die absolute Ausnahme und die Höchstwerte erreichen von Freudenstadt bis Sindelfingen und Stuttgart 18 bis 19 Grad. Wie gesagt, das fühlt sich alles mit wenig Windwärme an. Und vom Fernsehturm aus haben wir auch eine sehr, sehr, sehr gute Sicht. Vielleicht sieht man mal irgendwo am Horizont dann eine Quellwolke. Auf der Alb und an der Donau ist es ebenfalls strahlend sonnig. Die Temperaturen erreichen dazu Höchstwerte von um die 18 Grad, die sich ebenfalls geschützt auf der Haut wärmer anfühlen. Es ist ein sehr angenehmer Tag und entlang der Donau, da wird es jetzt so ganz, ganz langsam grün. Auch rund um den Bodensee ist es strahlend sonnig von wenigen dünnen, hohen Wolkenfeldern mal abgesehen, die vielleicht am Vormittag mal kurz da sind. Meist präsentiert sich der Himmel wolkenlos. Bei Temperaturen von knapp 20 Grad, die sich deutlich wärmer anfühlen. Und auch verglichen mit den Vortagen, wo es so windig war, ist der See relativ ruhig. Und im Hintergrund erkennt man die verschneite Alpenkette. Und Schnee wird es auch wieder geben in den Alpen. Aber alles der Reihe nach. Der Sonntag ist noch nett. Am Montag gibt es ein minimales Schauerrisiko. Am Dienstag ziehen Schauer auf. Und dann wird der April deutlich kälter mit Regen im Bergland mit Schnee.